Hallo alle zusammen, da bin ich wieder. Ich war jetzt seit langem nicht mehr online. Und der Grund ist, weil ich meine Mama pflegen muss. Und das ist natürlich für mich wichtiger. Sie braucht jetzt meine Hilfe, etwas mehr. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht mehr so oft Videos rausbringen. Und mein Sohn ist jetzt auch umgezogen. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber ich will jetzt nicht ganz verschwinden. Ich will doch noch für sie dableiben. Deswegen versuchen wir vielleicht wenigstens einmal pro Monat ein Video rausbringen. Und heute machen wir vielleicht etwas ganz Einfaches. Nicht so Großes. Ich mache heute einfach einen Salat. Der ist ganz leicht zu machen und ist sehr frisch für den Sommer jetzt. Falls er gut wird. Und dafür brauchen wir Lauchzwiebel. Ich habe jetzt hier zwei, weil ich jetzt keine gute hatte. Ich habe sie jetzt ein bisschen geschnitten, das grüne abgeschnitten. Und das habe ich jetzt auch nicht weggeschmissen. Ich benutze das auch noch. Dann brauchen wir noch einen schönen Apfel. Das tue ich jetzt auch mal weg. Muss noch waschen. Ein grüner Apfel. Eine Dose Mais. Circa 300 Gramm sind das hier. Und zwei Esslöffel Mayonnaise. Und zwei Esslöffel Schmand. Und Salz und Pfeffer nach Geschmack. Mehr brauchen wir nicht. So, ich habe jetzt soweit alles vorbereitet. Ich habe den Apfel jetzt gewaschen und erstmal so geviertelt. Jetzt schneide ich einfach den Puri. Oder Laufzwiebel, wie auch immer. Also man, ihr könnt selber entscheiden, was ihr mehr nehmt. Wenn ihr mehr Laufzwiebeln wollt oder Mais. Kann man ein bisschen so variieren. So, ich habe jetzt alles so geschnitten. Jetzt werde ich den Apfel schneiden. Man kann auch in Würfel machen, wie ihr möchtet. So, Maya will immer in die Küche. Sie denkt, es gibt immer was Leckeres. So, jetzt kommt der Mais drüber. Also ganz einfacher Salat. Also mir schmeckt er. Ich habe jetzt hier halbe Teelöffel Salz. Nachher werde ich es probieren. Ein bisschen Pfeffer. Das ist alles nach Geschmack. So, jetzt kommt die Mayonnaise. Also, im Prinzip, der möchte, kann das vielleicht auch einfach mit Öl ein bisschen würzen. Ich mache das so. Jetzt vermische ich das alles schön. So, ich habe jetzt alles schön vermischt. Probiere ich jetzt nach Salz. Also der Salat ist gut damit, dass er erstmals ganz schnell gemacht ist. Und auch leicht. Und der Apfel gibt ihm so eine frische Note. So, probiere ich mal jetzt nach Salz. Ich denke, das reicht alles so. Ich hoffe, das kurze Video hat euch heute gefallen. Ich versuche jetzt nicht ganz zu verschwinden. Und so ab und zu, wenn es jetzt einmal im Monat, ein Video rauszubringen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Tschüss.